Hallo und Grüß Gott, ich bin die Manuela, ich unterrichte Akkordeon. Wir möchten euch heute dieses Instrument ein bisschen näher bringen. Akkordeon kann man schon sehr früh lernen, ab dem 7. Lebensjahr und eigentlich zu jeder Zeit bis hinauf ins hohe Alter. Dieses Instrument gibt es in verschiedenen Größen. Die hängen von den Bässen ab. Es gibt welche mit 48, 72, 96 und 120. In unserer Musikschule gibt es auch Leihinstrumente, die man sich ausborgen kann, um dieses Instrument kennenzulernen und auszuprobieren, bevor man sich vielleicht selber eines dann später kauft. Ganz toll ist es beim Akkordeon, dass man verschiedene unterschiedliche Musikrichtungen spielen kann, wie Pop, Rock, Jazz, Unterhaltungsmusik, Weltmusik und Klassik und natürlich auch Volksmusik. Man kann entweder alleine spielen oder aber auch zu zweit mit anderen Instrumenten gemeinsam oder aber auch in einer kleineren Gruppe. Wir würden uns freuen, euch nächstes Jahr bei uns begrüßen zu dürfen. Bis bald! Tschüss! Bis bald! Tschüss!